Ein Stuhl. Ich glaub, die sind sowieso ein bisschen Euro, von daher frag ich nicht, was der Stuhl auf dem Tisch macht. Okay, was haben wir hier? Sehr leicht verschlossen, aufbrechen. Routine, Kronkorken, Bockkriegsgeld, Whisky. Ähm, auch nix. Nein, nein, nein. Was haben wir da? Auch nix. Ähm, Nachlagen. Zack. Okay, von dort kamen wir... Ja, wir gehen zum Eingang zurück. Auto-Walk ist mein bester Freund. So. Ich kann nur noch mal erzählen, kauft euch ein 16 zu neuem Bildschirm, Leute. Ich krieg nicht genug davon, das ist so ein gigantischer Unterschied. Ach, so macht das Spielen richtig... Es hat vorhin schon Spaß gemacht zu spielen, aber jetzt macht es wirklich richtig Spaß. Hast du den Gegner auf dem Radar? Ich will den Gary finden. Ich seh keinen Gary auf meinem Radar. Ja, Menno. Ich will noch einen Gary sehen. Ich mag Garys. Ach ja, wie sehr ich mir wünsche, dass die echten Hüttern rumlaufen. Ich krieg nicht genug von den Teilen. Von den Teilen? Noch sind's ja... Sind's Menschen? Kann man's Menschen nennen? Kann man Klone-Menschen nennen, Sharon? Ach, naja, weiter, ja. Ja, hier sind wir eindeutig wieder am Eingang. Man sieht schon die armen, kleinen, gepeinigten Ratten rumkriechen. Ich würd mal sagen, das war eine magere Beute, weil wir haben wenig Informationen finden können. Hallo? Ja, eigentlich gar keine. Bäh, Pau! Jetzt einmal quer durch die Mauerwassate schießen. Ähm, Instant-Püree. Machst du Männchen? Ja? Machst du Männchen? Ja, gutem Mauerwassate, gutem Mauerwassate. Ähm, okay. Böse. Ähm, wer weiß, wer das war? Obwohl, war bestimmt eh nur ein Gary. Ähm, ich bin... Ich bin ziemlich rassenfeindlich. Garys gegenüber, stelle ich grad fest. Kann man Gary seine eigene Rasse nennen? Äh, ich weiß nicht. Ähm, Truhe. Ich hab's aber echt gegen die im Moment. Hallo? Ich hab noch nie vorher gesehen, dass die Männchen machen. Und jetzt machen sie's andauernd. Das ist unglaublich. Sieht schon irgendwie niedlich aus. Auch wenn ich sowas normalerweise nicht sage. Und da schon wieder. Okay, ähm, Gary42. Den hatten wir schon mal. Zippet Tokio. Scheiße. Nee, geht ja gar nicht. Okay, gehen wir da lang. Ja, ja, ja. Da haben wir angefangen. Okay, wir sind mit Vault 108 fertig. Wieder ein kleines Stück Geschichte Ödland. Und auch wenn wir nicht wirklich die Geschichte herausfinden konnten. Irgendwas hat grad im Hintergrund geknorkst. Aber ich glaub, das war echt nur Hintergrundmusik, Geräusch, Mischung. Okay, aber wir wollen euch nicht länger stören. Nein, scheint echt nicht, weil ich kann den Fließmechanismus hier nicht einleiten. Okay. Ähm, ich werd jetzt per Schnellreise in mein Megatonhaus gehen und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute. Der Grund, weswegen ich nochmal nach Megaton wollte. Ich wurde aufmerksam gemacht auf dieses Weihwasserflugblatt. Ähm, lesen wir uns jetzt gleich durch. Aber ich glaub, wir haben's grad gar nicht bekommen, weil wir die Quest schon gelöst haben. Wir gucken mal. Aufgaben. Notizen. Notizen. Nee, wir haben's echt nicht bekommen. Schade. Okay, ähm, ja genau. Erstmal hier abgeben. Hoffentlich wird das Ding jetzt nicht voll, die gehört eigentlich da oben irgendwo hin. Spitz. Ausdauer. Moment, Moment, Moment. S, P, E. Ja, doch. C. Ich liebe es. Ich krieg einfach nicht genug von diesem Brumm. Okay, E. Ähm, du bist. Sprach. Mögen ihre Worte ihre Waffen sein? Okay. Och, Leute. Ähm, die... Ja, sag mal, was liegt denn hier im Weg? Ich kann mir nicht davor gehen. Die Letzte müssen wir noch finden, meine ich, oder? Ich mein, wir wollen nicht alle haben, aber die müssen komplett sein. Ich krieg nicht genug von diesen wackelnden kleinen Köpfchen. Okay. Ähm... Ich hoffe, es verläuft heute alles nach ihrem Geschmack. Ähm... Tut es. Allerdings. Müssen wir noch was machen? Ach, ich bin überladen. Ähm... Platz. Ich muss hier durch, auch wenn es extrem langsam geht. Ach, ich bin überladen. Ich hasse es, überladen zu sein. Ja. Ja. Noch ein paar Meter. Oh. Ja. Wie einfach nur geht. Das sieht überhaupt nicht anstrengend aus. Okay. Es wird Zeit, wieder etwas los zu werden. Weg. Weg. Ähm... Ähm... Ja. Weg. Werden wir demnächst benutzen. Plasmagewehr weg. Rache behalten wir. Weg, weg. Ähm... Behalten wir. Weg. Ähm... Legenden-Outfit. Wo ist es hin? Und... Aus. Bett damit. Okay. Das sieht dort perfekt aus. Ähm... Gegenstände. Ähm... Erstmal Blutpakete. Obwohl, nein. Die geben wir Scherwen, weil der kann ja alles tragen. Wir packen mal unsere ganzen Zeitschriften weg. Lügen wie im Kongress. Vogelismus aktuell. Schmutziges Wasser kann auch weg. Das werden wir garantiert nicht trinken. Ähm... Nuka-Log-Fleicht. Das behalten wir als Andenken. Ähm... Nuka-Cola-Quantum. 14 Stück schon, aber leider noch nicht genug. Ähm... Sonstiges. Altmetall. Giftdrüsen. Alle weg. Brauchen wir nicht. Kameras. Ähm... Kommen auch noch weg. Wir werden demnächst aber nochmal zur Demonstration zeigen, was man mit dem machen kann. Todeskrallenklauer kann weg. Vorkriegsgeld kann weg. Wie viel Vorkriegsgeld haben wir jetzt eigentlich schon? Ah... Wer sehen will, was alles drin ist, kann ja stoppen. Ich bin jetzt extra mal nie lange Liste runtergegangen. Ähm... Zuchtbunker. Bla, bla, bla. Vor, vor, vor. V. Oh Gott. Das sind 1080 Kronkorken. Das ist echt nicht schlecht. Vorkriegsbücher. 900 Kronkorken. Dann noch Teddybären. 600 Kronkorken. Und Kameras sind... Moment. Kameras haben wir wie viele? Kameras 11. 1.100 Kronkorken. Mir wurde gesagt, Teddybären kann man in The Pit abgeben gegen 100 Kronkorken. Und Kameras in Bogen Stil in der Zitadelle gegen 100 Kronkorken. Von daher gerade diese Berechnung. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Ah, ich wollte gerade Schnellreise machen, aber ich habe gerade irgendwie vergessen, wohin. Verdammt, das ist peinlich. Hab's wieder. Auf der Karte hatte ich's aber noch nicht. Ich hab's nur in Gedanken gehabt. Genau, Station Northwest Seneca. So, jetzt können wir mal wieder ein paar Zuckerbomben abgeben. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir wurden seit Ewigkeit nicht mehr von den Stil-Talents angegriffen. Ötländer brauchen wir nicht. Ach, ja. Hallo. Murphy ist er genau. Wieder zurück. Ja. Also, was haben Sie für mich? Jede Menge. Was ist mit Barrett los? Moment. Wer ist Barrett? Weiter gehen. Fleischklops. Barrett. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie glatthaut. Lassen Sie mich in Ruhe. Ach ja, das war eine normale Frage, glaube ich. Aber ich habe ja Fragen gemacht. Weil ich mir nicht sicher bin. Er ist mein Assistent. Ja, ja, ja. 0,15. Okay, hier sind alle Zuckerbomben, die ich habe. Hervorragend. Weiter so. Wann hast du nicht genug? Also, was haben Sie für mich? Du hast mir gerade gar nicht hier etwas Ultraget kaufen. Du hast mir gerade zwölf Zuckerbomben abgeknüpft. Jetzt kannst du das aber echt Barrett erzählen, aber nicht mehr Mia. Ja, sobald sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Du bist doch irre. Hier. Gut, gut. Da draußen gibt es noch mehr. Also gehen Sie und suchen Sie danach. Jetzt hat er sie. Okay. 180 Kronkorken. Also, was haben Sie für mich? Ähm, ich will jetzt was von dir. Hm, Sie wollen also Action, was? Okay, nur zu. Okay, Ultrajet kostet 50, AP plus 40. Kann einem das Leben retten, wenn man den VATS benutzt. Aber wir haben jetzt so lange dafür gesammelt, deswegen kaufen wir auch eins. Okay, X. Danke. Ja, danke. Okay, tun Sie, was Sie tun müssen. Ich muss gar nichts tun. Hat er jetzt da Putzmittel liegen? Ja, ich dachte schon, die Zuckerbomben lägen jetzt da. Die hätte ich wieder mitgenommen. Okay, ähm. Aber was mich interessiert. Ja, er hat die 5. Kronkorken dabei. Jetzt mal die Augen aufzumachen. Finde ich nicht gut. Ähm, Kick. So, scheiß Einkaufswagen, ja. Ach ja, und wieder ans Tageslicht. Und wieder mal zurück im Ödland. Ja, muss ja auch sein, ne? Ähm, wir gucken mal Aufgaben. Ähm, Tod von oben. Ja, wir werden jetzt weitermachen mit Tod von oben, da wir nur noch eine einzige, wirklich nur noch eine einzige Nebenquest im gesamten Ödland haben. Das wäre in, genau, Girda's Shade, ich wollte gerade Gleider's Shade sagen, in Girda's Shade. Und für diese müssen wir 30 Nuka-Cola-Quantums sammeln. Und die haben wir bei weitem noch nicht. Ich glaube, wir hatten 14 oder so. Von daher hoffe ich, dass wir noch ein paar finden unterwegs. Und ich glaube, das ist die einzige Nebenquest, die wir nicht erledigen können.